Vom U-Bahn-Winde verweht Von Dron Gelesen von Markus Sven Reinbold Es war ein kalter Frühlingstag, als ich hier zum ersten Mal begegnete. Ich saß in der U-Bahn und betrachtete den Clubstempel, den ich die Nacht sovor vom Türsteher aufgedrückt bekommen hatte. Ich feuchtete meine Fingerspitzen an und versuchte, ihn abzuwischen. So ein Stempel wirkte am nächsten Tag wie ein lästiges Brandzeichen. Nach heftigem Rubbeln blieb ein roter Fleck übrig, ich ärgerte mich noch darüber, als ich plötzlich einen Schrei hörte. Mein Blick schweifte ans Ende des Waggons, wo ein junges Mädchen saß, umringt von drei Typen. Einer von ihnen packte sie am Arm und versuchte, sie an sich ranzuziehen. Doch sie wehrte sich, konnte sich befreien und landete wieder auf ihrem Sitz. Die Typen lachten. Und einer holte sein Handy raus, um alles zu filmen. Zum Glück waren wir nicht die Einzigen im Waggon. Drei Sitzreihen weiter saßen vier Leute im mittleren Alter. Doch dann geschah das, was so typisch für diese Stadt ist. Sie standen auf und eilten zur Tür, um schnellstmöglich auszusteigen. Bis auf einen stinkenden Penner, den das Ganze recht wenig interessierte, den er war sichtlich damit beschäftigt, sich nicht in die Hosen zu pissen, waren wir jetzt alleine im Waggon. Was hätte ich schon zu verlieren, dachte ich, atmete tief durch und stand auf. Wenn ich schon auf die Fresse kriegen sollte, dann als Held. Oder wenigstens bei dem Versuch, ein Held zu sein. Ich ging auf die Typen zu und schnallte mir unauffällig meine Armbanduhr ab. Denn im Falle einer Schlägerei wollte ich nicht noch meine schöne Armbanduhr, die mir meine Mutter zu Weihnachten geschenkt hatte, verlieren oder kaputt machen. Das hatte ich von meinem besten Kumpel Maxim gelernt. Vor einem Kampf die Wertsachen abnehmen. Ich kam immer näher, konnte nun das Mädchen ganz genau erkennen und blieb stehen. Sie war viel hübscher, als ich mir sie in meinen Gedanken ausgemalt hatte. Dunkles Haar, eine kleine zierliche Nase und große Augen. Ihre Wangen waren leicht gerötet, so als wären wir im tiefsten Winter. Sie schaute mich verlegen an. Und ich konnte mich nicht bewegen, konnte nichts sagen. Ich stand da wie angewurzelt, als hätte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Frau gesehen. Ihre Augen erzählten so viel, und doch wusste ich nichts über sie. Sie kam mir vor wie eine alte Bekannte und doch eine mysteriöse Fremde. Eine seltsame Wärme machte sich in meiner Brust breit, als plötzlich einer »Ey« schrie und ich wieder voll bei Bewusstsein war. Die drei Südländer sahen sich bis auf den Haarschnitt sehr ähnlich. Jeder von ihnen trug eine lockersitzende Jeans und eine schwarze Jack-Wolfskin-Jacke. Was eigentlich seltsam war, da Jack-Wolfskin eine Outdoor-Marke der oberen Schicht ist. Und bei näherem Betrachten fiel auch auf, dass es sich nicht um Fälschungen handelte. Maxim hatte mir erzählt, dass die Türken in unserem Bezirk einen LKW voller Jack-Wolfskin-Klamotten überfallen und anschließend die ganzen Jacken zum Spottpreis vertickt hatten. »Verpiss dich«, sagte einer mit einem Tyson-Schnitt und stand dabei auf. Ich blickte kurz zum Mädchen rüber, das mich immer noch hilfesuchend anstarrte. »Lass sie in Ruhe«, sagte ich selbstbewusst, obwohl ich innerlich aufgewühlt war. »Sonst warst du Hurensohn?«, fragte sein Kumpel und lachte dabei, während ein anderer mich wegschubste. Die U-Bahn hielt bei der nächsten Station und mir fiel ein, was ich vor Monaten mal im Fernsehen gesehen hatte. Es ging um Gruppenverhalten der Gorillas. Dort hatte ein Forscher erklärt, dass die heranwachsenden Gorillas immer versuchen, das Alphatier zu stürzen, um so an die Führungsposition zu kommen. Und es gelingt nur dem Gorilla, der dominant genug ist. Sobald man Schwäche zeigt, hat man verloren. Der Silberrücken wird einen niemals respektieren und als Rivalen ansehen. Also musste ich einfach noch mehr Dominanz und Aggressivität an den Tag legen, als die drei Typen. Ich musste zu dem Gorilla werden, der das Alphatier stürzen will. Und wie stellt man so etwas an? Richtig, man zitiert Vin Diesel. Mir fiel eine Szene aus Knock-Around-Guys ein. Ich atmete tief durch und ging auf die Jungs einen Schritt zu, in der Hoffnung, dass sie die Filmszene nicht kannten. »500«, sagte ich selbstbewusst. »Was?« Ich blieb ruhig und fuhr fort. »500 Kämpfe. Das habe ich mir damals vorgenommen, als ich klein war. 500 Straßenkämpfe. Und danach kannst du mit Recht behaupten, dass du es drauf hast. Nur so kriegt man genug Erfahrung, um unbesiegbar zu sein. Deswegen habe ich angefangen. Natürlich denkt man nicht ständig daran, wie toll es ist, ein harter Kerl zu sein. Das wird irgendwann unwichtig. Man merkt, dass es Schwachsinn ist. Aber dann erkennt man, dass man genau das geworden ist. Ich sagte den Vin Diesel-Monolog auf und schaute meinem Gegenüber die ganze Zeit in die Augen. Und dann passierte es. Er knickte ein. Er löste plötzlich seinen Blick und guckte nervös in der Gegend rum. Ich hatte ihn gebrochen. Ich war der neue Silberrücken. Er hatte mir tatsächlich den Quatsch abgekauft. Ich meine, ich bin kein schlechter Kämpfer. Und einen hätte ich garantiert umhauen können. Mit etwas Glück auch den nächsten. Aber drei wären garantiert so viele gewesen. Ich merkte, wie die U-Bahn langsamer wurde und wie uns der nächsten Haltestelle näherten. Das war meine Chance. In dem Moment, als der Zug endgültig zum Stehen kam, schnappte ich nach der Hand des Mädels und wir stiegen aus der Bahn. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Die Türen schlossen sich hinter uns, die Bahn fuhr weg. Und ich hielt immer noch ihre Hand. Schon wieder überwältigte uns eine seltsame Stille, die jedoch nicht peinlich war. Ich guckte ihr tief in die Augen und sie lächelte mich an. Danke, sagte sie, und ihre Wangen nahmen ein intensiveres Rot an. Ich sammelte mich innerlich und ließ ihre Hand los. Weißt du, Frauen in Not sind meine Schwäche, sagte ich cool. Aber du hast keine 500 Kämpfe hinter dir, stimmt's? Nein, ich lachte. Aber er hat es mir trotzdem abgekauft. Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Ich glaube, ich schulde dir etwas. Sie guckte mich verlegen an und ich fuhr fort. Und jetzt begleite ich dich nach Hause. Ich muss meinen Job hier zu Ende machen. Sie lachte und hakte sich bei mir ein. Wie heißt du eigentlich? Anja, sagte sie und sah mir dabei tief in die Augen. Auf dem Heimweg redeten wir viel. Erst sie, dann ich und dann wir beide. Wir waren einfach auf derselben Wellenlänge. Sie erzählte mir, dass sie Kulturwissenschaften studiere und irgendwann als Journalistin arbeiten wolle. Und dass sie in Russland geboren war und noch einen großen Bruder hatte. Nach ungefähr 30 Minuten kamen wir in eine Hochhaussiedlung, in der sie wohnte. Sie drehte sich zu mir um und kramte in ihrer Tasche. Ich kriege erst morgen mein Handy aus der Reparatur wieder, sagte sie und wedelte mit einem Kugelschreiber. Das wird jetzt altmodisch. Sie kritzelte ihre Nummer auf meinen Unterarm. Ich guckte sie verwundert an und sagte, danke. Nein, ich muss dir wohl danken. Ich zog sie zu mir heran und küsste ihre Stirn. Und wenn Glücksgefühle einen Duft hätten, dann den ihrer Haare. Auf dem Weg zur U-Bahn überkam ich eine ungeheure Energie. Ich sprang in die Luft. Ich war der König der Welt. Und keiner konnte mir das jetzt nehmen. Und das Beste war die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ich malte mir schon aus, wie wir das jedem erzählen würden. Er hat mich gerettet, würde sie sagen. Ach, ich hab doch nur meine Pflicht getan, würde ich dann darauf antworten. Ich lief so verträumt durch die dunkle Gasse zurück zur Bahnstation, als ich plötzlich ein Ey! hörte. Ich drehte mich um und mein Herz machte einen Sprung. Es waren meine drei Südländerfreunde aus der Bahn. Na, du Hurensohn, sagte der eine mit den längeren Haaren und ging auf mich zu. Was wollt ihr? Dich ficken. Hört sich ganz schön schwul an. Kaum hatte ich den Satz zu Ende gesprochen, rammte er mir seine Faust in den Magen. Ich ging in die Knie und schnappte nach Luft. Wen wolltest du hier verarschen, du kleiner Hurensohn? Ich verweilte einen Augenblick in der Position, sprang dann plötzlich hoch und rammte ihn meinen Ellbogen ins Gesicht. Er machte einen Schritt zurück und ich verpasste ihm einen Tritt, sodass er nach hinten überfiel. Kurz darauf stürzten sich seine beiden Freunde auf mich und traten abwechselnd auf mich ein. Ich fiel auf den nassen Boden und nahm den Kopf zwischen die Knie, um mich besser vor den Tritten zu schützen. Als ich hochblickte, sah ich den Typen, den ich umgeauen hatte, mit einer blutigen Nase. Ich hustete Blut, merkte, wie sich langsam mein Backenzahn löste und spuckte ihn in eine kleine Pfütze, die aus meinem eigenen Blut bestand. Du dummer Wichser, schrie er und trat noch einmal zu. Kurz darauf wurde mir schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir kam, stand ein alter Mann neben mir, der mich besorgt anguckte. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, sagte ich und spürte, dass meine Taschen leer waren. Die dummen Wichser hatten mein Handy und meine Brieftasche geklaut und sogar meine schöne Armbanduhr. Mein Gesicht pochte vor Schmerz und ich fing an zu lachen. Ich lehnte mich zurück und guckte in den Himmel, während ich weiterhin lachte. Alles in Ordnung? fragte der alte Mann erneut. Ich schluckte Blut und nickte. Ich hatte an diesem Tag mein Handy, meine Brieftasche, meine Uhr und mindestens zwei Zähne verloren. Und doch hatte ich mehr als am Tag zuvor. eine Frau gelet uns auch in den Schein espa. Ich sagte aber auch schon an uns employed. Tschüss, die vier millenn Council auf Schmerz. Es gab die neue